Musik Dieser ganze Zustand vor dem Haus, das ist ja jetzt vorbei. Sonnabend, Sonntag, das war gut gegen den Ausländern. Das fand ich in Ordnung. Anders richt man sie nicht raus. Rostock ist eine alte Hansestadt an der Ostseeküste und war Bezirksstadt in der selbsternannten kommunistischen und antifaschistischen DDR. In Ostdeutschlands Tor zur Welt waren 55.000 Menschen in Fischfang und der Schiffbauindustrie beschäftigt. Heute ist der Hafen tot. Gearbeitet wird nun in Hamburg. Dafür kommen Hamburger Händler und Geschäftsleute nach Rostock. 24. August 1992 Bostock, Lichtenhagen, ein Flüchtlingswohnheim und das Wohnheim der vietnamesischen Vertragsarbeiter wurden von Faschisten mit Molotow-Cocktails angegriffen, während über 3.000 Zuschauer daneben standen, geklatscht und die Aktion unterstützt haben. Der Angriff fand zu einer Zeit statt, in der faschistische Brutalität und Gewalt zum Alltag wurden. Bis August 1992 sind im wiedervereinigten Deutschland 31 Menschen von Faschisten ermordet worden. Lichtenhagen war eines der Neubauviertel, die um das Zentrum Rostocks gebaut wurden. Sie werden auch Ghettos genannt. In der Mecklenburger Allee Nummer 19 wurden die vietnamesischen Vertragsarbeiter. Von der DDR-Regierung als billige Arbeitskräfte ins Land geholt, leben sie in diesem Stadtteil seit den letzten zehn Jahren. Nebenan in der Mecklenburger Allee Nummer 18 war die zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge, auch ZAST genannt, eingerichtet im Sommer 1991. Niemand kann sagen, sie seien nicht gewarnt worden. So sind zum Beispiel seit April 1992 in Rostocker Stadtteilen Flugblätter von der Hamburger Liste Ausländerstopp verteilt worden, die mit der rechtsextremen NPD zusammenarbeiten. Sie riefen auf zur Gründung einer Bürgerinitiative »Rostock bleibt deutsch« mit der Absicht für die Kommunalwahl 1994 zu kandidieren. Am 13. Juni 1992 trafen sich Mitglieder der Deutschen Volksunion und hier Vorsitzender Dr. Gerhard Frey, ein rechter Verleger und Eigentumsmakler, in Rostock um die Gründung einer Ortsgruppe der DVU vorzubereiten. Antifaschisten organisierten Aktionen und eine spontane Demonstration gegen dieses Treffen. 220 gut ausgerüstete Polizisten räumten die Straße auf brutalste Weise. 22 Menschen wurden festgenommen. Erste eindeutige Warnungen vor einem faschistischen Angriff in Lichtenhagen erfolgten vier Tage vorher. Noch am Freitag schrieb die Ostsee-Zeitung nach einem anonymen Anruf »Die Lichtenhäger Bürger wollen Protest auf der Straße«. Der Artikel beinhaltete direkte und gewalttätige Drohungen. »Am Abend werden wir alle auf die Straße gehen. Die Roma werden aufgeklatscht.« »Die Rechten haben die Schnauz voll«, sagt Thomas, »und man wird sehen, dass die Leute aus dem Fenster schauen und Beifall klatschen.« »Ich habe natürlich in der Woche davor Kenntnis bekommen von diesem anonymen Anruf bei einer Zeitung, obwohl da nicht die Rede von direktem Angriff zu machen. Das war also sehr verschwommen. Was heißt Pläne? Es gab einen Stand der Vorbereitung aufgrund des anonymen Anrufs. Wie gesagt, im Detail, tut mir leid.« »Ich muss die Bürger auf die Straße gehen.« »Können und dürfen Polizei nicht dazu veranlassen, sofort mit Helm und Schild vor allen möglichen Türen zu stehen.« »Denn hier wird doch etwas gemacht, auch wenn es nach dem Versammlungsgesetz der Anmeldung bedurft hätte, was Bürgerwillen ist und was Bürger als ihren Willen öffentlich dokumentieren wollen.« »Aber ein solcher Aufruf wird von mir ähnlich betrachtet wie ein Aufruf zu einem Lampion oder Fackelmarsch, zu einem Sternmarsch im Hinblick auf die Ablehnung von Fangenfeindlichkeit.« »Das ist eine Initiative gewesen, die wir bis heute alle nicht lokalisieren konnten.« »Ich meine, es wurden eine Menge Flugblätter verteilt, ne? Alle möglichen Gruppen und Initiativen.« »Wann?« »In den letzten Tagen eigentlich war auch so eine Bürgerinitiative, Rostock soll deutsch bleiben und so.« »Ich meine, ich habe mir das nicht so richtig durchgelesen, weil ich die Leute überhaupt nicht unterstützen kann.« »Ich habe losgelesen, die Ausländer hierbleiben und euch die Wohnung wegnehmen und all so Müll, dann habe ich das gleich zusammengeknüllt und weggeschmissen. Was interessiert bin ich?« »Es war ein Sonnabend im August wie jeder andere. Nur jeder wusste, es würde etwas passieren. Die Atmosphäre war gespannt. Die Zast sollte ohnehin kommende Woche verlagert werden. Ausgerechnet an diesem Augustwochenende waren außergewöhnlich viele Beamte abwesend. Weil der Polizei lösten die Warnungen keine besondere Einsatzlage aus.« Der Oberbürgermeister Herr Killimann wurde vertreten von Herrn Zöllig, Bürgermeister und Senator für Jugend, Gesundheit und Sport. Der Innensenator Peter Magdanz hatte gerade seinen Urlaub angetreten. Herr Kordus, Polizeidirektor von Rostock, war noch übergangsweise in diesem Amt, bis der neue Chef seinen Posten am Tag nach den Randalen antrat. Der Stellvertreter von Kordus, Herr Deckert, befand sich im Wochenendurlaub. Er hinterließ eine Nachricht an der Windschutzscheibe des Autos seines sich in Ausbildung befindlichen Kollegen, Herrn Trottnow, mit der Bitte, den Posten zu übernehmen. Während die Behörden die Drohung eines faschistischen Angriffs nicht ernst nahmen, taten es andere sehr wohl. Vietnamesen und Antifaschisten im Wohnheim filmten die Ereignisse. Sonntag wollte ich hier in Lichtenheim nur ein bisschen einkaufen und nach der Geschichte rechnen gucken. Und da habe ich gesehen, dass sich Leute zusammen raus haben, meistens nur erstmal harmlos aussehende Jugendliche. Was haben wir uns dann zusammen mit dem Auslandbeauftragten geeinigt, dass wir erstmal so mit in das Haus hineingehen, einfach um da im Notfall irgendwie auch mithelfen zu können. Und ein anderer Gedanke war, dass wir die ganzen Sachen, falls da wirklich was Ernsthaftes passieren sollte, und davon sind wir eigentlich erstmal ausgegangen, dass wir das auch irgendwie versuchen wollten, das zu dokumentieren. Das wusste da vorher gar keiner. Und falls ich dann da, den ersten Tag war, war dann da auch immer irgendwie, dass da was loskam. Und alle so wie ein, ich habe immer ein Kumpel dahin gefahren, da waren schon ziemlich viele Leute da. Und dann haben die da eben zum Anfang an dem ersten Tag da ein, zwei Leute Aktion rausgegessen, das wurden dann immer mehr haben. Und alle wollten ja im Prinzip so was, dass wir alles in den Beinen fressen so eine Zeit, nichts los und scheißen. Und als dieser Auflauf war, war man eigentlich noch davon überzeugt, das wird also eine Protestkundgebung, eine friedliche Protestkundgebung der Bürger. Ich habe das eigentlich ja auch gleich von Anfang an beobachtet vom Balkon, als diese Ansammlungen waren. Und hatte also sehr zwiespältige Befüge bei der ganzen Sache, weil ich auf der einen Seite habe, na gut, die Ausländer sind da, sind immer mehr da. Ja, solange sie sich irgendwo in dem Haus waren oder so, war es ja auch alles okay. Ich dachte, das muss ja auch so gehen. Aber da habe ich mir gedacht, die Politik ist verkehrt. Und als sie dann anfingen, den Stein zu schmeißen, da dachte ich mir, das ist doch nicht überhaupt kein Ding, so eine Gewalt, also das ist, dagegen habe ich grundsätzlich etwas. Da bin ich da auch zurückgezogen und dann nachher dann kam das ja auch, dass die Polizei dann ankam, die ja am ersten Tag an dem Sonnabend ja sehr, sehr gering vertreten war. Ich bin also Runde gegangen, habe mit einem Polizisten aus Schmeren gesprochen und habe gesagt, ich bin also hier, um Ihnen zu zeigen, dass ich also so, was sich hier abspielt, dass ich das nicht mehr länger ertrage. Es muss hier was passieren. Ich habe zunächst so gegen 20 Uhr mit dem Bürgermeister Zöllig und amtierten Oberbürgermeister zu dieser Zeit gesprochen und ihn gebeten, dass er also nach Lichtenhagen kommt, dort, wo sich also die Menschen angesammelt haben. Die Gesetze müssen geändert werden. Es muss ganz klar gesagt werden. Diejenigen, die politisch und religiös verfolgt werden, die sind wir bereit, in Deutschland aufzunehmen. Die anderen, dafür müssen Regelungen gefunden werden. Dort muss die Not in deren Ländern geändert werden. Das sind doch Menschen, die hier sind. Und als das immer dunkler wurde, dann kamen auch noch ein paar Älteren und die vom Aussehen her, kann man ja schon sagen, fast 95 Prozent sein, dass das rechtsradikaler wird. Jetzt versuchen Sie, den zu winken. Jetzt versuchen Sie, den zu winken. Die Zast in Lichtenhagen war nur der erste Schritt. Die Menschen mussten tagelang draußen warten, ohne Essen, ohne Geld, bevor sie registriert und auf andere Wohnheime verteilt wurden. Da das Asylantenheim in der 18, also die Zast, bereits zu dem Zeitpunkt schon hoffnungslos überlastet war, mussten ja die Leute irgendwo bleiben. Es ging sogar so weit, dass zum Beispiel an Regentagen hier im Tunnel die Asylanten zuhauf gelegen haben und wir, wenn wir ins Büro wollten, über die Leute rübersteigen mussten. Das ist die traurige Tatsache. Es war auch nicht so, dass dort Leute ständig draußen waren. Das war nicht so. Es gab natürlich auch viele Probleme durch Menschen, die am Tage draußen waren, die durchaus eine Unterkunft hatten. Das war nicht so. Es gab nur nochineалы, die nicht so. Es gab nur eine Schule, die Menschen mit zwei Kindern, die an denнизuigen Framund. Die Menschen in die Zeitpunkt waren, die sehr viel vino. Die sind nicht so, wenn es so stehen, die zum Beispiel beinahen. Die sind die Kinder zu helfen, nicht sie. Ich habe die Macht und ich werde zwar angehört, aber da wird auch nichts unternommen. Jeder hat diese Zustände hier gesehen und ich habe auch darüber geschimpft, als ich das gesehen habe, weil ich es wirklich schlimm finde, wenn Menschen so hausen. Aber sie mussten ja so hausen, wenn sie nicht mal Toiletten hatten, wenn sie nicht mal eine Schlafgelegenheit hatten, wenn sie auf dem Rasen nächtigen müssen. Komm raus! Lass dich! Lass dich! Lass dich! Lass dich! Ich bin als 8-Jähriger als Flüchtling hier angekommen und ich bin entsprechend empfangen worden. Das heißt, man hat sich um uns gekümmert, auch wenn Krieg war. Ich hatte zumindest das Notwendigste hier geboten bekommen. Aber was sich hier abgespült hat, ich fahre hier jeden Tag vorbei zur Arbeit, dass hier Flüchtlinge nachts ankommen, auf dem Rasen kampieren müssen, weil die Türen zu sind. Oder das Gleiche. Und es ist nicht mal Einrichtung da, wo die Leute ihre Not durften. Wissen Sie, das haben wir ja nicht mal nach so vielen Jahren Krieg 1945 hier gehabt. Und wer dafür verantwortlich ist, das kann sich ja jeder in fünf Fingern abzählen. Weil in Rostock die Zast war, brauchte Rostock nur die Hälfte einer festgelegten Flüchtlingsquote aufzunehmen. Für die Unterbringung der Asylbegehrenden ist das Land Mecklenburg-Vorpommern zuständig. Damit hat die Stadt überhaupt nichts zu tun. Die Zast betreffend, die zentrale Aufnahmestelle ist eine Einrichtung, die in einer Landesverordnung rechtlich geregelt ist. Nach der jetzt geltenden Verordnung ist der Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock oberste Ausländerbehörde. Die Zast ist eine Einrichtung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Insofern in der Verantwortung der Landesregierung. Denke ich, der Innenminister ist oberster Dienstvorgesetzter. Ja, dazu kann ich nur sagen, dass das Schreiben vom Innenminister, das wir an ihn gerichtet haben, beantwortet wurde. Dass er uns mithalte, dass sich zum 31.8. diesen Jahres was verändern wird. Und er hat Wort gehalten. Es hat sich ja was verändert. Allerdings bereits vor dem 31. an dem besagten Wochenende, wo dann die rechtsradikale Szene hier versucht hat, durch mit ihren Mitteln auf das Problem aufmerksam zu machen. Mecklenburg-Vorpommern ist kein ausländerfeindliches Land. Sie können an die Universitäten gehen in Rostock oder in Greifswald, auch wenn es dort handgreifliche Auseinandersätze in Greifswald gegeben hat. Aber meine Tochter studiert selbst in Rostock mit ausländischen Bürgern aus dem Iran, aus Israel, gemeinsam in einem Studiengang Medizin. Und im Wohnheim wohnen auch Studenten aus Zentralafrika. Und dort gibt es keine Konfliktsituation zwischen den Deutschen und den Ausländern und anderen, die dort sich aufhalten. Die Ausländern sich alle ordentlich und anständig hier in unserem Land benehmen und nicht bewegen und auch soziale Abgaben machen. Haben die immer gleich Zahnen, wo es, wenn man so sieht, wie die Lichter in der Ansicht genommen haben, halt kann ich jetzt akzeptieren, was da passiert ist. Ich meine, die Leute, die nicht in Haaren an uns standen, also die älteren Leute, die Beifall geklatscht haben, denen geht es nur darum, dass sie wieder ein sauberes Licht in Haaren haben. Aber ich kämpfe dafür, dass wir ein sauberes Deutschland haben. Die Türken, die Älteren, die jetzt seit 20, 30 Jahren hier leben, die kriegen wir nicht raus. Das ist normal. Die müssten im Prinzip auch hier sein, weil die haben sich jetzt alles aufgebaut mit ihren Pizzerias und ihren Familien hier. Aber Leute, die jetzt hier reinkommen, nur um ein besseres Leben haben zu wollen, einfach so, das ist nicht die Lösung. Wenn ich diese Leute sehe, die hier mit Mercedes vorfahren, die können sie sofort nach Hause schicken, das sind für mich keine Asylanten. Und gehen sie hin, die fahren hier alle Audis. Sehen sie hier diese ganzen Vietnamesen und was weiß ich, die fahren hier mit Audis und so, das sind für mich keine Asylanten. Willst du etwas sagen, dass die Rumänen politisch verfolgt sind und die Zigeuner, also Sinti und Roma sind politisch verfolgt sind, da kann ich nur lachen. Das sind absolute Wirtschaftsflüchtlinge. Die haben unser Urstand, die haben unser Essen. Stopp mal, wenn du nicht so essen kannst, dann müssen sie hinfalls sich das aufbauen. Das stimmt auch. Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, wir können nicht die ganze Welt hier verpflegen. Was machen wir so ganz klar? Habt ihr euch in der DDR hier nichts eigenes aufgebaut? So ist es ja auch. Können wir genauso sagen. Was ist es? Und wenn also ein Herr Stoiber von Wirtschaftsschmarotzern spricht, ist das für mich eine Sache, wo also Asylbewerber zum Freiwillen erklärt werden. Wenn man also nicht endlich an ein Zusammengehen mit allen Kräften denkt, die eben Faschismus in diesem Land verhindern wollen, sehe ich also keine Möglichkeit aus diesem nur Reagieren auf Gewaltaktion dieser Kräfte herauszukommen. Gelben Sande, ein Flüchtlingswohnheim bei Rostock. Wie viele dieser Heime ist es isoliert? Es ist eines der Lage in Mecklenburg-Vorpommern, in das die in Lichtenhagen registrierten Menschen geschickt wurden. Und das ist das, was ich, dass ich mich nicht verabschiede, in der letzten Zeitpunkt, in der letzten Zeitpunkt, in der letzten Zeitpunkt, dass ich mich nicht mehr als meine Familie und meine Familie und die Zeitpunkt habe, mit polițien, wir machen Kontrolle in der letzten Zeitpunkt. Und in der letzten Zeitpunkt, ich arbeite, in dieser Zeitpunkt, in der letzten Zeitpunkt, in Deutschland, Ich bin hier als Azilant und habe mich gefragt, dass ich ein Azil ist und ich wollte, dass ich ein Azil ist. Ich weiß noch, dass ich, unsere Tizianer waren, und wir waren noch Humilder und haben Angst. Wir konnten nicht leben, weil wir nicht wo wir leben. Wir hatten keine Hausten. Und dadurch, dass wir uns ein Ort haben, wo wir uns ein Haus können, um uns zu arbeiten, um zu arbeiten, um zu arbeiten zu können, dass wir uns nicht mehr Menschen leben können, weil wir uns gehalten haben, dass wir uns gehalten haben, dass wir uns die Pfleger sind. von dem Zeitpunkt. Von dem kommenden würde ich eine Linnigkeit und eine Heilige Entdeckung von dem alles, was mich entdeckt hat. Und ich will nicht mich auf niemanden. Ich kann mich als jeder Mensch, die Freiheit hat, obwohl ich das in Deutschland will. Ich habe dann, als die Bedrohung immer stärker wurde, als die Gefahr bestand, dass die wenigen Polizisten, die da waren, von den Gewalttätern verdrängt werden und sie in das Haus eindringen, gegen 23 Uhr mit der Polizeiinspektion in Klein telefoniert und dort mit einem Herrn Trottnow, der mir als Einsatzleitung vorgestellt wurde. Und er hat mir gesagt, dass also nicht mehr Polizei zur Verfügung steht, weil sie auch woanders im Einsatz wäre, in Stralsund zum Beispiel, aber dass zwei Wasserwerfer unterwegs sind und die in ungefähr einer halben Stunde da sein werden und mit den Wasserwerfern wird die Polizei dann die Situation in den Griff bekommen. Das war keine Anzeige, dass wir irgendwie geschützt fühlen können, sondern alleine gelassen da mit dem ganzen Randal. Was sollen wir da gegen tun? Ein paar meiner Landsleute sind auch schon auf die Idee gekommen und haben gesagt, ja, was die machen können wir auch. Und wollen sich dann mit Stöck und sowas bewaffnen und an der Tür da stehen bleiben und wachhalten, wenn es sein sollte. Aber da habe ich zu ihnen alle gesagt, das hat ja überhaupt keinen Zweck, denn das Erzrecht werden wir die dann provozieren und damit können wir auch gleich gehen. Als dann nach einer Dreiviertelstunde von den Wasserwerfern immer noch nichts zu sehen war, bin ich zum Einsatzleiter dort vor Ort gegangen, nach draußen, und habe ihm das gesagt, dass diese Wasserwerfer von Trottnow angekündigt wurden, worauf er in ziemlich drastischen Worten geäußert hat, dass Trottnow doch genau wisse, dass das also Unfug wäre, weil die Kraftfahrer ja erst um 22 Uhr aus Rostock losgeschickt wurden, um die beiden Wasserwerfer in Schwerin zu holen und sie dann wieder zurückkommen mussten. Und das also nicht vor nachts halb zwei mit dem Eintreffen dieser Wasserwerfer zu rechnen wäre. Und um zwei war es ja dann auch, bis sie kamen. Normalerweise waren die Wasserwerfer in Rostock stationiert. Jedoch sind sie ausgerechnet einige Tage vor den Krawallen, auf Veranlassung des Innenministeriums, nach Schwerin verlegt worden. Über zwei Fahrtstunden entfernt. Nachdem diese Wasserwerfer ziemlich schnell ihr Wasser versprüht hatten, ohne Wirkung zu erzielen, zurückgezogen werden mussten, habe ich also nochmal mit Trottnow telefoniert und ihm gesagt, dass die Gewalttäter nun mit doppelter Wucht gegen das Haus anrennen, weil sie ja nun den Erfolg hatten, die Wasserwerfer zurückgeschlagen zu haben. Worauf er mir sagte, fast wörtlich, Sie wissen ja, Herr Richter, am Sonnabendabend erreiche ich in Schweriner Innenministerium sowieso niemanden. Ich habe mal einen Brunnen auf zwei Euro eingezogen. Das war eigentlich nur der Tag. Da bin ich mir absolut gefreut, war ein sieges Gefühl. Ja, war schon oder so, da war er auf der Brücke da. Da hatte ich die Brücke, wo wir die verteilt haben, wo wir die von dann absolut nichts machen. Mehr Polizei von Anfang an, hatte ich vorhin erklärt, entsprach überhaupt nicht der Lagebeurteile. Und geschlossene Einheiten am Wochenende sind schwierig zu bekommen. Bis drei Uhr morgens bestand für die Rostocker Polizei keine erhöhte Alarmbereitschaft. Man hat die ganze Zeit auch schon am Sonnabend gemerkt, dass die Polizei anscheinend nicht das richtige Interesse oder das Konzept hat, irgendwie ernsthaft was gegen die Ausschaltung zu tun. Sodass eigentlich schon klar war, am Sonnabend, dass es irgendwie weitergehen wird, dass es aufhören wird. Dass eigentlich unsere einzige Hoffnung damit steht, dass wir uns im Kopf machen müssen, so wie wir uns selbst verteidigen. Der Verfassungsschutz ist ein bundesdeutscher Geheimdienst, der nach Kriegsende gegründet wurde. Er sollte die deutsche Verfassung schützen und politischen Extremismus untersuchen. Also nach bisheriger Erkenntnis, und wie meine ich, kann man inzwischen als gefestigt ansehen, haben sich die Krawalle von Rostock zunächst einmal sehr hausgemacht und sehr spontan aus einem Bürgerprotest vor dem Asylantenheim entwickelt. Vor diesem Karren haben sich einige wenige Agitatoren aus der rechtsextremistischen Szene gespannt. Eine Organisiertheit dieser Krawalle über mehrere Tage ist nicht erkennbar. Vom dritten Tag an ein erheblicher Tourismus hierher nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Rostock stattgefunden hat. Berichte, in denen von der Anwesenheit von Neonaziführern in Lichtenhagen die Rede war, füllten die deutsche Presse. Zu diesen gehörten Mitglieder der GDNF, einem internationalen Netzwerk, das sich von Deutschland über Österreich nach England und bis in die USA erstreckt. Das Geflecht dient dem Aufbau und der Unterstützung von neuen faschistischen Gruppen. Christian Reuch von der Hamburger Nationalen Liste, Ingo Hasselbach-Fanschmidt, Oliver Schweigert und Frank Lutz aus der Ostberliner militanten Nazi-Szene, Ewald Althans, Stratege in der GDNF, Thomas Dienel, der Organisator von Militärausbildung, Norbert Weidner aus der neonazistischen FAP Bonn und viele andere. Christian Worch ist am Sonntag mehrere Male gesehen worden. Auch an den Tagen nach Montag versuchten noch andere Neonazis, die Ereignisse für Propagandazwecke zu nutzen. Wir eine Sonderkommission hier im Landeskriminalamt gegründet haben, die nennt sich Extrem, ähnlich wie die Socorex in Sachsen. Und wir haben 554 Ermittlungsverfahren mit fremdenfeindlicher Motivation im Moment hier registriert und bearbeiten die. Rechtsextremistische Strukturen haben wir noch nicht erkannt, ich sage bewusst noch, weil ich der Auffassung bin, dass man in diesen Bereichen nur durch Repression weiterkommt. Siegfried Kordos schrieb im März 1992 Die zunehmende Ausländerfeindlichkeit richtet sich ebenfalls gegen die noch in Rostock lebenden vietnamesischen Bürger. Im Stadtgebiet wurden Karten aufgefunden und er zeichnet mit Ausländervernichtung Kommando Wolf und enthielten Parolen wie Fidschis werden erdrosselt. Die bei den Hooligans in Rostock organisierenden Personen sind polizeilich bekannt. Aufgrund ihres geschickten, konspirativen Vorgehens war es bisher nicht möglich, rechtlich einzuschreiten. Sicher, also wir haben einen ziemlichen, einen Überblick darüber, dadurch, dass wir ja Streetworker bei der Arbeit haben, wo und wie etwa auch etwa der Personenkreis sich rechtsradikal betätigt, also insbesondere in der Skinhead-Szene. Es darf nicht sein, das ist eine sehr ernsthafte Warnung, meine ich, dass Skinheads oder sonstige militante Neonazis von der Bevölkerung als eine Art Ordnungsfaktor angesehen werden. Hier stellt sich dann die Frage, ob wir schon wieder in die Nähe des Punktes gerückt sind, wo nur noch ein starker Mann die Probleme lösen kann und die Demokratie als Gesellschaftsmodell versagt hat, wird es in jüngster Zeit immer mehr intellektuelle Rechte behaupten. Auch dort gibt es intellektuelle. Ich bekomme mich dazu, dass ich da war. Ich meine, wie soll ich das nicht sagen, aber es hat mir, naja, Spaß kann man auch sagen. Es war halt was Neues, es war was los, es war halt ein Anziehungspunkt. Hat Spaß gemacht. Wir haben auch teilweise Fehler gemacht gegen die Polizei, gegen die Ausländer. Wir hätten einfach irgendwie den Politiker mehr auf den Zahn füllen sollen. Ich meine, es geht schon ein bisschen schwieriger. Man weiß doch genau, wie die aussehen, die kann man doch rausholen. Warum macht man sowas nicht? Und da hatte ich mir also wieder ein bisschen mehr etwas dieses Durchgreifevermögen, der, wie man sagt, so Staatsgewalt, Polizei oder sowas, nicht? Das ist etwas, was völlig fehlt. Und jetzt wünschte man sich teilweise manchmal so eine Art Diktaturverhalten von der politischen Seite her oder von der Regierungsseite her. Wir wollten die Gerechtigkeit, haben aber eine Rechtsstaat bekommen. Und das trifft jeden Punkt. Sehr viele, die 1989 den Aufbruch mitinitiiert und getragen haben, wollten eigentlich gar nicht so schnell in ein einheitliches Deutschland, sondern hatten vielmehr vor, hier dieses Land, das damals DDR hieß, zu demokratisieren und hier wirklich nach Alternativen zum real existierenden Sozialismus einerseits, der sich in seiner ganzen Pervertiertheit, ja, Pervertiertheit erwies, und aber auch zu den westlichen Mustern andererseits zu suchen. In 1990, lots of people thought they would always be employed. We knew that it wouldn't be the case, but we didn't know either at that time that it would come so drastically. So if you see the provisions bank have to make today, the write-off they have already today to make today within two years come definitely from that time where both sides didn't really know what's going on. of course bankers are normally prudent when they lend money and lots of colleagues and including myself thought that the consumer business will pick up and there should be money to buy cars and we have seen that here that cars were bought like hell, it was a big business for everyone and lots of people thought that the car is also certain security which after all that wasn't. I've been since 1982 here on the basis of the agreements between the former DDE and Vietnam as a contract to take care of after five years I would normally have to go home but through my knowledge it was possible for me to make a longer to be invited and this was the opportunity to take care of and then they sent me to Stenda as Dolmetsche for a group in Stenda who works in the Kernkraftwerk and there came the Wendung in 1989 I had to work and it was much safer and it was not so good it was not the best but it was something safe and that is what many are missing and that is again from west side the people in the Osten said you must first work and cramping and so that is the one the other will many of us get rid we should just forget these decades in the 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 biography forget I work now in Hamburg I know how they do that do that do that do that as 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 are practically ostdeutsche as 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 Und so wird es auch die nächste Zeit noch bleiben. Wir können nicht einfach sagen so, ihr habt jetzt euch alle zu vertragen. Das geht nicht. Wir sind anders aufgewachsen. Wir haben andere Probleme als die Westdeutschen. Und wir müssen irgendwie zueinander finden, aber wir finden nur zueinander, wenn wir uns das auch offen sagen, wenn wir das also sagen dürfen. Das darf aber nicht sein. In den Beginn war es viel einfacher. Es war ein Pionier-Pionier. Aber die letzten 12 Monate waren sehr schwierig für alle uns. Wir haben viele Leute in 1990 und 1991 und diejenigen, die nicht zu werden, und professionell zu werden, wir müssen uns verabschieden, und wir müssen uns für Alternativen suchen durch gute soziale Wettbewerbspläne und überall in den neuen Staaten. Es dauert ziemlich viel Zeit, um wirklich zu integrieren. Wenn ich die Politik mir ansehe, dann wird doch vieles nur entschieden aus finanziellen Machtgründen. Oder wir sind ja nicht vereinigt, wir sind ja vereinnahmt worden, so sehe ich das, dass wir diese Sachen mit übernehmen. Es geht ums Geld. Die Leute versammelten sich wieder. Es wurden wieder ausländische, fand ich, die Parolen skandiert. Und trotzdem war das gleiche Bild wie vorher, dass einfach nicht genügend Polizeikräfte eingesetzt worden sind, um da irgendwie jetzt nochmal ernsthaft große Ausschreckungen zu verhindern. Ich habe mir da erzählen lassen, dass es zum Nachmittag schon mal eine Situation gab, wo so gegen 18 Uhr Polizei auch abgezogen war. Und woraufhin sofort diese Gewalttäter das Wohnheim der Vietnamesen, die Nummer 19 angegriffen haben. Ja, gibt es sicherlich Rechte in Russland. Das ist auch bekannt. Aber wir haben die Folgetage Autos beobachtet mit fremden Nummernschildern, wie es Baden und Bielefeld und sonst woher. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass diese rechten Jugendlichen benutzt worden von Traziern, aus den Altbundesländern, die also in diese Szene drin stecken, die also ihre Erfahrungen aus den Altbundesländern mitbringen, und die das hier noch gesteuert und hochgeschreckt haben. Ich meine, es waren auch viele Rechte da, die wollen einfach nur Gewalt haben. Die wollen bloß nicht schlafen. bloß es gibt, man muss leider sagen, auch sehr viele Rechte, die haben nichts mit Kopf. Aber es gibt auch Leute, die haben ein bisschen was mit Kopf oder mehr als das. Und die führen dann diese Sachen. Die sagen, jetzt gehen wir da lang, die Strategie und so. Einige haben dort die Scheiben eingeschmissen, sind ins Haus eingedrungen, mehrere Etagen hoch, bevor dann die zurückgerufene Polizei nach ungefähr einer Dreiviertelstunde die Leute aus diesem Haus dort wieder rausgeholt hat. Vielleicht bin ich dann zur zweiten Etage gekommen und ich sehe noch nicht keinen, aber ich habe da gesehen, was da so ein Flut drin lag, das hat mich schon gehalten, um mich herauszukommen. Was ist das denn noch für eine andere? Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, jetzt im Nachhinein... Hast du jemanden gesucht, richtig? Ja, sicherlich. Es ist sicherlich, ich meine, alleine wäre ich da bestimmt nicht drauf. Mir ist zum Beispiel bekannt, dass am Sonntag, da waren dann die Nazis bereits schon das erste Mal gegen drei Viertel sieben in das Wiener-Mesen-Wohnhaus eingedrungen, sind bis zur zweiten Etage vorgedrungen, dass die Polizei dann halt irgendwie ausgestiegen ist, die Leute rausgetrieben hat, aber zudem es auch irgendwie keine Verhaftung gegeben hat. Ein Mann mit einem grünen Hemd am Fenster stand und irgendwie ein Gegenstand runtergeschmissen hat, haben sollte. Und dann haben sie gesagt, dort in der Wohnung, jetzt müssen wir hochgehen und den Vietnamesen rausholen und in den Knast reinstecken. Gleichzeitig haben sie einen Rechtsradikale oder Randalierer auch festgenommen. Ihn haben sie einen Herr und der Hand nach hinten so gesungen, sodass er immer nach oben gucken muss, damit alle so schön sehen können, wie in Wiener mäßige Verbrecher aussehen sollen. Und der deutsche Jugendliche, der Randalierer, lasst er dann eben so frei stehen. Und hinterher haben sie festgestellt, dass er da gar nicht derjenige war, der irgendwie den Stand runtergeschmissen hat. Ich hab so an Sendern gedacht, die ich früher so im Fernsehen gesehen habe, mal wenn das so in alten Bundesländern mal so war. Da dachte ich, Mensch, jetzt hast du das direkt hier vor dem Haus. Als ich dann im Haus war, eskalierte das Ganze also auf der Wiese wieder, ähnlich wie am Sonnabend, Steinwürfe, Brandflaschen. Nur, dass diesmal also wesentlich mehr Polizei da war, dass die Aufgänge 18 und 19, also Zast und Wohnheim der Vietnamesen, abgeschirmt war. Ich bin auf den Balkon gegangen, aber nicht nur als Zuschauer, es war irgendwie innerlich auch so diese Aufregung. Ich bin dann auch wieder runter gegangen, selber direkt an Ortenstelle auch zu hören, so wie die Leute sprechen, was sie reagieren. Aber es waren im Prinzip dann solche Parolen nur da. Und da merke ich immer, wie die Masse, was das irgendwie für so eine Macht ist. Ich erinnere mich dann auch so an diese Montagsdemonstration, da war ja auch im Prinzip war das Sprechchören, das war eine unheimliche Macht, eine Kraft. Das hier war es wieder ganz anders eingesetzt, aber es hat viele Leute mitgerissen. Ich habe mich sicher gefühlt die ersten drei Tage, weil du warst von, wie soll man sagen, Kameraden umgeben. Tausend von Leuten, also schaulustig. Ich fand die Schaulustigen voll daneben, weil ich finde, wenn die irgendwas sehen wollen, dann sollen die, was weiß ich noch, im Schlaf und sich da den Kriegner anschauen, dann sollen sie dabei verquatschen. Oder was sagen, das war voll, weil die haben die Sachen nicht gegriffen. Wenn man dann erwischt geworden oder so, wird man dann bei einem Bausitz hier im Klasse, also bei Helbert, dann wird man das schon neu zeigen halt. In dem Moment war es mir auch egal, wo steigende Waffe hat. Ich wusste natürlich ganz genau, dass ich eventuell welche verletzen konnte. Das hat bei mir jetzt in der Situation nur keine Rolle gespielt. Und ich bin froh, dass wir mich am Arsch gekriegt haben. Also, ich meine, ist das Kapitel eigentlich so gut von mir vergessen. Ich meine, das war ja nicht nur die Lagen, so war ja vorher zählt, das wissen wir ja. Und wann das so, wenn wir heute mit dem Lagen oder so. Im ersten Moment, ich war in Schock. Das ist ein terribles Ort. Das ist ein Soldiershaus. Besonders in dieser Barak, da leben sie eine schlechte Leben. Ich meine, und und in der Zeit, sie haben nichts. Keine, keine neuen Bücher, keine Bücher, keine Chance zu lernen, um, 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 und um, 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 zu und und um, 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 und um, 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 zu um, ah, leined Sonnabend, 29. August. Am Wochenende nach den Übergriffen kamen 20.000 Menschen aus ganz Deutschland und dem Ausland nach Lichtenhagen, um ein politisches Zeichen gegen Rassismus und Faschismus zu setzen. Demonstrantenkonvoi sind mehr als vier Stunden festgehalten worden. Die Polizei führte massive Fahrzeugdurchsuchungen und Passkontrollen durch. Über 3.000 Polizeikräfte waren im Einsatz. Entgegen vorherigen Absprachen blockierten sie Parkplätze, nahmen Demonstranten ins Spalier und setzten Hubschrauber über dem Demonstrationszug ein. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich habe meine Bedenken gegen diese Demonstration. Es mögen diejenigen, die an der Demonstration teilnehmen werden, sich darüber im Plan sein. Oder sie müssen mit einkalkulieren, dass es möglicherweise zu Schaden kommen wird und dass sie persönlich auch Schaden erleiden könnten. Dass dort Gewalt zwischen linksradikalen und rechtsradikalen ausgelebt wird und möglicherweise, dass diese Radikalen sich zusammentun und dann gemeinsam gegen die Polizei vorgehen werden. Wir werden auch, also wir haben die Mitglieder in der Stadt aufgerufen, daran teilzunehmen. Natürlich auch mit den Hinweisen. Es gibt natürlich auch Mitglieder der Partei, die Angst haben, was auch verständlich ist und was man in dem Sinne auch nicht ausreden kann. Die Zahl der Übergriffe auf Menschen auf der Straße, genau das nachts, haben gerade nach Lichtenhagen stark zugenommen hier in Rostau. Besonders, also das sind so Überfälle auf Andersaussehende. Es gab irgendwie Angriffe auf Behinderte, auf Ausländer, so und so. Ja, also ich würde es in meinem Gesicht nicht zeigen, weil ich darauf habe, irgendwie zusammengeschlagen zu werden, aufgrund meiner Einstellung oder meiner Äußerung oder so. Wir sind Angst, dass es zu viel rausgehen wird. Natürlich, sie töten Menschen außen. Wir wissen, die Autos sind überall. Sie können überall. Ich bin Angst, wenn ich in Tren, wenn mein Sonn sprechen, zu lautze, muss ich sagen, schluss, 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 nicht zu lautze. Warum muss sie verstehen, dass Sie hier ein Schreiber? Dann, nach dem ich das in Deutschland kam, in Deutschland habe ich nie verraten, daran, dass ich nicht beobacht. So, ich und meine Frau. So, wir und auch die Kinder. Man kann das sehr schnell sagen, da würde ich auf jeden Fall mit dabei sein und den hier weg sein und so, aber ich glaube so eine Situation, wenn man die Patienten dann da vor sich hat, das ist sehr schwer dann, nicht? Ich glaube, das hat auch nichts mit Gleichgültigkeit zu tun, wenn man jetzt immer wieder liest, die Leute werden gleichgültiger, sicherlich. Aber man kann das auch immer wieder nicht alles in einen Topf schmeißen. Ich glaube, die Angst ist ein ganz großer Faktor, der eine Rolle spielt. Auseinandersetzungen auf der Brücke zwischen Faschisten und Polizei schelten an bis 1 Uhr Sonntagnacht mit wenigen Festnahmen. Der Kampf wurde unterbrochen, als 200 Leute in Lichtenhagen eintrafen, um ihren Protest gegen faschistische und rassistische Aktionen zu demonstrieren. Man hat sich gegenseitig irgendwie die Angst genommen, man war... man war lustig und so. Das war schon ein ganz komisches Gefühl. Irgendwer von uns hat mit den Einsatzleitern oder mit irgendwer hat so einen Verantwortlichen haben wollen und hat mit ihnen abgesprochen, dass wir eine kleine Spontanlegung machen wollen. Und nach einigen Hin und Her, also sofort ich das mitgekriegt habe, hat er gesagt, ja ist okay und hat sogar seine Wasserwerfer weggefahren, um uns durchzulassen und auf die Straße zu lassen. Man wusste genau, dass irgendwo im Wohnheim welche sind, die dann denken, endlich mal kommen andere, endlich mal welche, die zu uns gehören oder die mit uns sympathisieren. Und das hat einem eben totale Kraft gegeben. Also als dann wir und die meisten eigentlich von den Demo-Teilnehmern losfahren wollten, kamen dann die Bullen. Wir dachten, die wollen uns verarschen, als die gesagt haben, ja ihr seid wegen... was ist das für eine Gefahrenzumilage oder... ja, Gefahrenzettung, hat ihr jetzt erstmal alle festgenommen. Ich bin der Auffassung, dass man das verhindern musste, dass die Rechtsgrundlagen aufgrund der möglichen Militanz mit geführten Gegenstände gegeben waren. Jetzt kann man natürlich sagen, das hat jeder anständige Autofahrer in seinem Kofferraum. Das habe ich nie. Und nicht wenn sich gerade der 60 so geschlossenen Marsch setzen, dann vermute ich aufgrund über 33-jähriger Berufserfahrung vielleicht etwas mehr dahinter. Wenn Sie jetzt aber sagen, dass in Lichtenhagen, das muss ich kurz nochmal darstellen, dass wir also dort mehr, sag ich jetzt mal, antirassistische Gruppen festgenommen haben oder, sag ich mal, aus der nicht-rechtsradikalen Szene mehr festgenommen haben als aus der rechtsradikalen Szene, dann ist das falsch. Wir haben in Lichtenhagen eigentlich überhaupt keinen festgenommen der, sag ich mal, der autonomen Szene. Also wir haben alle, also ich auf jeden Fall, also ich sag jetzt mal, haben eine Anzeige wegen grobem Landesfriedensbruch bekommen. Und im Nachhinein habe ich jetzt von der Staatsanwaltschaft was gekriegt, dass die Anzeige eingestellt wird. Aber das haben nicht alle von uns. Diese Bilder von verhafteten Antifaschisten waren weltweit in den Medien zu sehen. Es wurde berichtet, dass während dieser Nacht 80 Gewalttäter verhaftet wurden. Es wurde nicht gesagt, dass unter diesen 80 Leuten 60 Antifaschisten waren. Ja, ich meine, wenn ein Führer, sei es einer Gruppe X oder Gruppe Y, seinen Ausflug, ich sag das mal etwas sehr, sehr, sehr flapsig und vielleicht etwas betonen kann, seinen Ausflug nach Bostock genommen hat, ist das kein Grund, ihn festzunehmen. Es muss also schon irgendwas dazukommen, was einen strafrechtlichen Anhaltspunkt oder im Sinne des Polizeirechts einer drohenden Gefahr ausmacht. Sonst ist der Mann nicht zu verhaften. Seit Kriegsende hat die Bundesregierung erhebliche verfassungsrechtliche Mittel im Kampf gegen Faschismus. Artikel 86 des Strafgesetzbuches verfolgt die Herstellung, Verbreitung und Sammlung faschistischer Propaganda. Laut bundesdeutschem Gesetz ist die Ausführung des Hitlergrußes rechtswidrig. Strafgesetzbuch Ja, aber wenn Herr Englitz als Bestellvertretender der Apo verhaftet wird und in der gefangenen Sammlung... Die Spender hat eigentlich nicht verhaftet. Wie sagt das denn? Die Bestellvertretender von Herrn Züttel. Das ist verhaftet worden. Na gut, ich habe jetzt keine verhaftet. Ich bin der Vertreiber nicht wieder frei. Ja, warum sollten Sie ihn einsperren? Ja, ich meine... Der stellvertretender Vorsitzender ist einer Organisation, die nicht verboten ist oder weshalb? Ja, also... Ja, wir kommen jetzt so ein bisschen ins Schwimmen, nicht? Welch politischen Geist des Herrn ist, das ist nicht nicht strafbar. Die politische Antwort auf Lichtenhagen war, nicht die wahren Ursachen, sondern die Opfer als Problem zu sehen. Die CDU forcierte ihre Kampagne zur Änderung von Artikel 16, dem Artikel der Nachkriegsverfassung, der das Recht auf politisches Asyl festschreibt. Genau am Wochenende von Lichtenhagen kapitulierten die Sozialdemokraten, die bis dato traditionell jegliche Änderung des Artikel 16 entgegenstanden. Ich war ganz, ja, erschüttert, deprimiert, böse, alles, die Skala runter, als ich dann gesehen habe, wie Montagfrüh das Wohnheim hier aussah. Wir haben bis zur sechsten Etage die Winsterscheiben eingeschlagen und unser Büro unten in der Parterre, die Glasscherben. Dass da noch eine Steigerung möglich war, war für mich eigentlich unvorstellbar, zumal ich eigentlich sehr stark auf die Polizeikräfte vertraut habe. Denn am Tag war erstmal, haben die Kinder da am Nachmittag frei gehabt, sodass sie ab 11 Uhr schon die Jugendlichen schon rum um das Haus herumgingen und sich das angucken, Was sie am Vortag so schön angerichtet haben. Und die haben sich immer mehr und mehr gesammelt. Bis zum 15 Uhr, als die Asylbewerbe weggebracht wurden. Nach einer Entscheidung der amtierenden Zastleiterin wurde am Montagnachmittag mit der Evakuierung der Zast begonnen. Offizielle Stellen waren angeblich nicht informiert. Zivilpolizei und Bürgerschaftler stellten unterdessen eine erneute Angriffsbereitschaft fest. Also hier ist ein Herr Statzkowski zu uns ins Büro gekommen und hat sich als der Fraktion SPD, der Bürgerschaft vorgestellt. Und hat uns gebeten, er spricht im Namen der Bürgerschaft und hätte das mit den Sicherheitskräften, er hat nicht das Wort Polizei gesagt, ich würde sagen, heute hat er Sicherheitskräfte gesagt, abgesprochen, das Haus den Anschein zu erwecken, unbewohnt zu erscheinen, also dunkel, Fenster geschlossen. Man merkt uns so zu verhalten, dass wenn man draußen steht und zu einem Haus reinguckt, als wäre kein Mensch mehr da drin sind, mit der Begründung, es könnte sein, dass die Polizei diese Häuser nicht mehr schützen und so ist das nicht schlecht, wenn wir uns so verhalten, dass sie die Randalierer auch von selbst irgendwie auflösen. Ich war persönlich auch bei den Vietnamesen drin. Ich habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass es heute aufgrund von Aussagen, die wir dort aus den einigen jugendlichen Gruppen rausgehört haben, mit verschärften Angriffen zu rechnen war. Und ich habe auch dort den Ting Bescheid gesagt, dem ist wohl der Sprecher der Vietnamesen, dass er seine Leute von den Fenstern wegzieht, dass er sie sich in den Wohnungen aufhalten sollte, um nicht eventuell durch diese Anwesenheit zu provozieren. Zumal er aufgetreten ist im Namen der Bürgerschaft, habe ich das für bare Münze genommen, dass das wirklich abgesprochen ist und dass das nachher nicht im Endeffekt sich zu Mause falle. Die sich alleingelassen fühlende Hamburger Polizei bat um 4 Uhr nachmittags dringend um Verstärkung. Etwa zur gleichen Zeit besprachen Bundesinnenminister Seites, BGS-Leiter Fritsch, Kordus und Kupfer in der Polizeidirektion den weiteren Verlauf. Verstärkung wurde nicht herangeholt. Warum nicht, bleibt unklar. Dann habe ich versucht, zunächst in der Polizeidirektion an Deckert als Einsatzleiter heranzukommen. Deckert war also zu diesem Zeitpunkt nicht im Präsidium. Ich habe den Leuten, mit denen ich dort gesprochen habe, gesagt, dass die Vietnamesen im Haus sind, dass ja die Angriffe vorher gegen die Vietnamesen gingen, dass also Polizei bleiben muss. Das war eine ganz bedrückende Stimmung hier im Hause. Erstmal schon das Sitzen, nachher im Dunkeln. Und dann die Erwartungen, ja und das doch gucken, heimlich durch den Vorhang, durch die Galene gucken, was da draußen los ist. Und dann wurden das immer mehr Menschen. Und das war doch eine sehr beängstigende Stimmung, muss ich wirklich sagen. Es war einfach Angst da, weil die Menschenmassen, die dann sich so langsam gesammelt haben, das hat doch die Leute sehr erdrückt, würde ich sagen. An mich selber auch. Gegen 19 Uhr ging das schon los. Sobald es dann anfing dunkel zu werden, ging das los. Wenn ich mal runtergucke, dann sind da noch Feuer zu sehen. Also Molotox-Cocktail und dann haben die Rakete abgeschossen. Ich stand auf dem Balkon und guckte, da sind die ganze Welle, also das ist viel, viel stärker als die Nächte davor. Erstmal die organisierte Welle. Und zweitens, man kann eindeutig einsehen, dass sie das Haus doch abwarten wollen. Das waren nur Jugendliche, vorne mit steinigen Händen. Ein kleiner Imbissladen, hat die Hattie bei Api hatte auf und versorgte die Menge mit Currywurst und mit Bier. Da standen ein paar Leute mittleren Alters in der hinteren Reihe. Und dann noch ein bisschen weiter, die Älteren. Und alle haben jeden Steinwurf gegrüßt. Aber so viel Hass habe ich, glaube ich, noch nie im Leben erlebt. Ich bin dann so gegen 20.30 Uhr im Wohnheim gewesen. Also war Polizei noch da, auch wenn sie also nicht mehr zwischen diesen Gewalttätern und dem Haus standen. Auf der Stadtraubahn, auf der Kreuzung, vor dem Sonnenblumenhaus waren heftige Auseinandersetzungen zwischen Polizei und jugendlichen Gewalttätern im Gange. Keine Rede davon seien, dass ich also zu diesem Zeitpunkt irgendeine Situation entspannt oder entschärft hätte. Zunächst am Abend war es ja, wo ich im Wohnheim hatte. Ja. Im Gegensatz zu den A-Eintragen. Ja. Gab es denn keine Informationen vielleicht aus Aufklärung heraus, dass es dennoch explodieren könnte? Nein. Polizialische Maßnahmen sind Ihnen bekannt. Aufklärung im eigenen Bereich, aber auch regional, überregional. Es hat ja Versuche gegeben, zu Erkenntnissen zu kommen. Wir haben korrespondiert mit Hamburg, Berlin, mit Lübeck. Wir haben mit dem Bundeskriminalamt korrespondiert. Wir haben unsere eigene Aufklärung vor Ort gehabt. Wir haben mit den Verfassungsschützern in Verbindung gestanden. Die Aufklärungsergebnisse waren gleich null. Bereits gegen 20 Uhr wurde der Objektschutz am Wohnheim der Vietnamesen aufgegeben und mit dem Abzug der beiden Hamburger 100 Schaffen begonnen. Cordus, Kupfer und auch Deckert sind nun längere Zeiten nicht mehr erreichbar. Nur mal, es gab einen Vorwurf, dass sie den Ort verlassen haben, um ihr Hemd zu wechseln. Das ist also kolportiert worden. Es ist nur im sprichwörtlichen Sinne zu verstehen. Ich war an diesem Montagabend, das sage ich gerne dazu, weil überhaupt nichts zu verwerken ist in dieser Frage, bis etwa nach 20 Uhr, also im Rostock selbst anwesend, noch in einem Fernsehstudio bis nach 20 Uhr. Und dort in einer Zeit der relativen Beruhigung, nach der aktuellen Lagesituation, bin ich in meinen Wohnort gefahren, wenn Sie wissen, das ist eine halbe Autostunde von Rostock entfernt, also viel näher an Rostock als Schwerin an Rostock liegt, weil ich dort in der Nähe auch von Rostock in einer Kleingemeinde wohne, war aber lückenlos in meinem Dienstfahrzeug über Funk und über Funktelefon und auch zu Hause erreichbar, habe auch eine Vielzahl von Telefonaten geführt. Und als die Eskalation der Ereignisse etwa gegen 21.40 Uhr, 21.45 Uhr mir bekannt worden, habe ich dann selbstverständlich also sofort wieder die Fahrt in Richtung Rostock angetreten und war dort noch von Mitternacht sofort wieder in der Direktion vor Ort. Ein Steinwurf vertrieb den letzten Zug der Hamburger Polizei. Die Mecklenburger Polizei, die seit 20 Uhr unterstützend eingriff, erhielt kurz nach 21 Uhr den Befehl zum Rückzug. Von dort aus habe ich dann gemerkt, dass diese gewaltbereiten Jugendlichen, die dort auf der Wiese standen, von den Sprechrufen zu Steinwürfen übergegangen waren und dazu übergegangen waren, dieses Haus nun anzugreifen, wo ringsherum nun keine Polizei mehr war. Daraufhin bin ich von der 9. Etage runter zum 4. ans Telefon, habe so kurz nach 21 Uhr nochmal mit der Polizeiinspektion mit dem Kleinen telefoniert. Ich fand, dass es ganz, die Leute da unten schreien hören, Deutschland den Deutschen, und das war sehr schlimm, muss ich ehrlich sagen. Das war, und das hat mir persönlich, wie soll ich sagen, sehr wehgetan. Das ist nicht der richtige, nee, das ist nicht der richtige Ausdruck. Also es war eine ganz schlimme Situation und da begann auch dann, ja, ich würde fast sagen, die Angst. Zu diesem Zeitpunkt wurde bei den Gewalttätern bereits die Glasscheiben in der Eingangstür eingeschmissen. Ich habe also versucht, am Telefon dem, der dort das Gespräch entgegengenommen hat, zu sagen, dass also die Gewalttäter dabei sind, das Haus zu stürmen, dass sie dabei sind einzudringen, dass Brandsätze geworfen sind, dass also in der unteren Etage bereits Feuer brennt und dass also dringend und sofort Polizeieinsatz notwendig ist, um uns dort zu schützen. Er hat mich mehrfach hintereinander gefragt, ob denn das Feuer so schlimm wäre, dass die Feuerwehr kommen müsse und ohne anscheinend den Ernst dieser Situation überhaupt zu begreifen. Und habe dann also aufgelegt, einfach weil ich wusste, wenn die Glasscheiben durch sind, sind diese Gewalttäter durch die Tür rein und ich hatte also keine Lust, ihnen dort immer noch war, an der Eingangstür zu begegnen. Was hätte ihr gemacht, wenn jetzt praktisch ein Brenner, also ein Körperbrenner aus, wenn er ausgerannt wäre, oder so, was wäre das für ein Gefühl gewesen, man hat das erreicht, was man wollte, oder? Sicherlich, man hätte schon, wie soll man sagen, gelacht oder geklatscht. Ja, geklatscht hätte man schon, aber sicherlich ein ganz Tiefpunkt drin, dann hätte man auch ein bisschen, in der Mittlerkrieg, kann man nicht sagen, aber man hat schon ein bisschen mit dem Gefühl, wo der brennt jetzt, verreckt, erinnert mich, aber dann hat man wieder, auf der einen Seite kommt das andere, der wieder hoch, aber das ist ein Ausländer, gut. Einhandelgefecht, so ungefähr. Herr Kranke, diensthabender Polizeifunker vor Ort, notierte fünf Forderungen der Gewalttäter. Die Polizei ist abzuziehen. Bereitstellung eines Lautsprecherwagens, um zu der Masse sprechen zu können. Besichtigung des Flüchtlingswohnheimes, freies Geleit, Treffen mit Hunerschaftsführern an einem unbeleuchteten Zeitungskiosk. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Polizei auf diese Forderungen eingegangen ist. Sie hatten sich jedoch schon zurückgezogen. Und damit haben sie die erste Forderung erfüllt. In der Presse wurde behauptet, dass die uneffektive Polizeitaktik auf inkompetente Ostdeutsche zurückzuführen war. Die Westdeutschen sehnen sich im Osten oft als Vorreiter, die die westlichen Werte und Kompetenz in die neuen Länder bringen. Viele der nicht gewählten Mitarbeiter im Innenministerium in Schwerin hatten ähnliche Posten und Ämter im Westen. Herr Lambrecht, verantwortlich für Sicherheit im Innenministerium, traf die Entscheidung, die Wasserwerfer von Rostock nach Schwerin zu verlegen. Ebenso hat er die Vergabe von zusätzlichen Polizeifunkfrequenzen, behindert und Ausrüstung im Wert von 3 Millionen Mark bis Dienstag, nachdem die Wohnheime gebrannt hatten, zurückgehalten. Der amtierende Polizeichef von Rostock, ein Mann aus dem Westen, kann nicht als inkompetent bezeichnet werden. Seine Erfahrungen liegen im Bereich der politisch motivierten Verbrechen. Er war an den Untersuchungen zur Bader-Meinhof-Gruppe beteiligt und hielt Vorlesungen über Rechtsextremismus an der Polizeiakademie. In der ausländischen Presse wurde gesagt, er sei entlassen. In Wirklichkeit wurde er Chef des Landeskriminalamtes. Also für uns waren wir völlig alleingelassen. Also es war weder Feuerwehr noch Polizei. Der Vietnamesen, die gesagt haben, wir ziehen uns Etage für Etage höher und nur wenn es gar nicht anders geht, werden wir unsere Frauen und Kinder oder unser Leben oder was auch immer verteidigen. Hinter dieser Holztür war auch noch so eine Gittertür. Das ist der Durchgang zur Saas drüber. Das ist auch nochmal abgeschlossen. Da müssen wir auch mit Brechsternen arbeiten. Ich habe vor der Tür gestanden und habe gedacht, wo ist das Ende? Die Wachmänner waren von der Saas auch hoch und haben uns auch erzählt, dass die Chaoten auch schon unsere Etage mit Brandflaschen beworfen haben, dass das unten schon total gebrannt haben. Wir haben ja nur zwei Aufgänge und von dort aus können wir am besten beteiligen so wie man posten die Hirn. Das sah dann halt so aus, dass wir uns immer aufgeteilt haben, sodass sicher war, dass die Nazis nicht irgendwie mit dem Fahrstuhl hochkommen. Wir haben halt den Fahrstuhl blockiert, sodass der ist heute nicht wichtig war. Wir haben halt die Treppenaufgänge gesetzt und die Durchgänge, so was irgendwie gewerzelt war, dass nicht auf einmal irgendwie hinter uns irgendwelche Latenzorg tauchten. Als wir merken so, dass die Nazis und die Brände auch immer höher kamen, so haben wir uns halt immer weiter zurückgezogen. Ja, dann sind wir halt so mit vier Leuten mal hoch zum Dach, so haben wir gemerkt, sodass da sämtliche Türen auf dem Dachboden verschlossen sind, so vielleicht so ziemlich lange gebaut. Also du kannst dich nicht lange vor, das waren vielleicht auch so 10, 15 Minuten, und dann haben wir gebraucht, um erstmal die Tür von der Nummer 19, also von dem nächsten Wohnhaus, dort zum Dach aufzubrechen. Als wir dann die Tür zur Nummer 18 auch aufgebrochen hatten, also die Dachluke, so dann kam eigentlich schon den Lichtschein dort im Fahrschlusschacht. Also da war auch ohne Gasmaske oder so, weil auch keiner reinkommen hat. Also dass wir dann halt den Umweg gegangen sind, über die 19 und dort irgendwie mit nassen Tüchern, weiß ich was, nach allem dann erst mal so halt durchgekämpft haben und die Leute, die das erst mal so gezeigt haben, wie wir jetzt morgens da hatten, wie wir jetzt mal frische Luft schnappen können. Das war ja dunkel, kein Licht mehr da, so dass alle Mädchen ein Mann stehen und nicht mehr ein Kind zu dem anderen hingehen. Und da war dann doch schon die Angst ganz, ganz toll, wenn die jetzt kommen. Die schmeißen uns einfach vom Dach runter. Dann haben wir halt so das ganze Dach abgeklappert, haben die Dachlupen überflucht, so weil sie jetzt so am losesten zu anderen Aufgängen, um wenigstens so den Fluchtweg offen zu haben, um nicht irgendwie auf dem Dach jetzt jetzt eine Kampfflucht liefern zu müssen. Da fällte aber immer noch welche, da bin ich noch mal runtergelaufen, aber diesmal konnte ich nur bis 10. Etage runtergehen. Mehr war nicht möglich, ich krieg ja kaum mehr Luft. Weil danach sind wir halt wieder rein wie Nummer 19 und haben die anderen Leute noch gesucht. Also war da vielleicht 10 Minuten drin, so. Aber es war halt total geschissen und wir haben hier echt nicht gefunden. Wir haben dann erst die Feuerwehr rausgeholt. Zusammen auch mit dem behinderten Waschschutzmann, der dort auch noch an einem Raum war. Und den hatten wir eigentlich schon irgendwie abgeschrieben. Wir wussten zwar, in welchem Zimmer er sich befand, und es kamen wir überhaupt nicht mehr an, weil er vorschanisch alles Flammen war. Bis als wir dann alle auf dem Dach waren, so, da standen wir halt erst mal da, so. Wir blickten sich flach auf den Boden, weil wir gemerkt haben, so, dass wir auch von anderen Häuserlächern so beobachtet werden. Und da kamen halt irgendwie so unter sich so 3.000, 4.000 Leute, die ständig so jubelten und klatschten und ausländere ausriefen. Und du stehst da oben, da hast eigentlich kaum noch ein Mittel, irgendwie so jetzt so, was du machen kannst. Und wie war in dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, war es eigentlich auch ziemlich egal, so, ob man glaubt, falls man jetzt von da und da springt, glaubt man nur da oben. Als das Wohnheim brannte, waren 450 Polizisten in Lichtenhagen im Einsatz. Die eingeschlossenen Menschen im vietnamesischen Heim waren nicht in der Lage, diese Polizeikräfte zu erreichen. Sie konnten über eine aufgebrochene Dachlupe in einen benachbarten Aufgang des Wohnhauses flüchten. Ja, und nachher kriechen wir das übers Dach und gingen runter. Ich habe hier auch versucht, ein paar Familien so anzusprechen. Erstmal, da die Einwohner in der Aufgang reisen einfach haben, so mitleidig uns angeguckt. Ich habe an jeder Wohnung geklingelt, überall vor den Türen gesagt, wo ich bin, weswegen ich mit der Tür stand. Die erste und letzte Etage hat dann eine E-Fahrt die Tür aufgemacht und hat die Frau mit dem Säugling in die Wohnung gelassen. Dann habe ich hier ein paar Wohnungen angeklopft und drum gebeten. Ein paar Wohnungen haben gar nicht erst aufgemacht. Ein paar haben hier aufgemacht, war nicht reingelassen. Und fragen, ja, was wollt ihr denn hier? Dann sagten wir, ja, wir sind hier rüber geflüchtet. Aber dann haben sie gesagt, nee, die Wohnung ist zu klein. Ganz schlimm war das und auch irgendwo Verzweiflung. Denn was sich da abgespielt hat, das war ja zu sehen und schlafen konnte keiner. Und irgendwo war die Gleichwürdigkeit, die dann bei den Wohnungen war, sehr schlimm. Ich meine, nachher, als einer endlich den Mut gefasst hat, oder zwei, die in der elften Etage, sind dann mehrere gekommen. Dann habe ich hier gesehen, da wie die Busse dann angekommen sind. Dann haben die Polizisten so eine Gasse, eine Art Gasse gebildet. Ich habe nicht irgendwie gesehen, dass das eine, die da stand, hinter dieser Gasse, mitbleibt. Oder da fällte mir irgendwie, dass ich dachte, das war so schlimm eigentlich. Wir müssen nicht den Hecknäher jetzt immer einsehen, dass das zu weit war. Durch die Gesichter weiß ich ja daher, dass die lichten Hecknäher sind. Das habe ich eigentlich von ihnen aus meinem Herzen so erwartet, aber das war nicht der Fall. Dann sind wir mit Bussen eingeladen worden und sind mit unbekanntem Ziel abgefahren. Und ich bin mitgefahren. Und dann sind wir am Schotower Ring von einem Auto aufgelauert, sage ich jetzt mal. Ob nun bewusst oder unbewusst, das liegt. Aber im Nachhinein fuhr sie dann neben dem Bus und treten die Scheibe runter und dann fielen Worte. Jugendliche wie, ihr Schweine, wir kriegen euch. Dann haben die Vietnamesen sich auf die Erde gesetzt. Die hochschwangeren Frauen, die kleinen Kinder, alles mit auf die Erde setzen müssen, damit die Busse leer aussahen. Ja, was ich fand dann irgendwie da noch aus dem Haus draußen gewesen, so. Ja. Und bin erst mal wirklich nahen, doch. Weil ich überhaupt nicht mehr wusste, so. Es war irgendwie zu viel, so. Ich war jetzt draußen, so. Das war jetzt mal vorbei aus dem Haus, war mal raus, so. Und dann war nichts, so. Es war irgendwie kein Gedanke mehr. Und es war auch so, es ging auch noch Tage danach. Und auch während der Zeit, als ich dort im Haus war, war es so, wenn man irgendwie versucht hat, zu schlafen, so. Weil das war irgendwie steigend auch die ganzen Bilder und das ganze Geschrei vor sich gehört hat, so. Es ging auch noch Tage später, so. Also es war irgendwie so eine Art Psychoterror eigentlich innerlich gewesen. Durch die Änderung und so. Glauben Sie, war es nur Glück, dass die Vietnamesen flüchten konnten und keiner umgekommen ist? Natürlich war eine potenzielle Gefährdung der vietnamesischen Bürger dadurch gegeben, dass die untere Etage in der Mecklenburger Allee 19 in Brand geraten war durch diese Molotow-Cocktails. Insofern ist es schon... Die Gefährdung der vietnamesischen Bürger? Meines Erachtens, was das Verbrennen oder diesen Brandschaden betrifft, insofern nicht gegeben, dass also wir bei der bereitgestellten ärztlichen Hilfeleistung nach... oder während der Evakuierung beispielsweise, also keinerlei Hilfe in Anspruch genommen worden ist. Also es ist also keine Verletzung vorgekommen. Insofern konnte aber sicherlich auch nicht eingeschätzt werden, aus dem sechsten Stock heraus, wie groß der Brandschaden ist, der jetzt in ein paar Tage gelegt worden ist. Ich will das nochmal deutlich sagen. Aber vom Faktischen her gesehen, muss man jetzt sagen, war eine akute Gefährdung nicht gegeben und es hat auch keinerlei Verletzungen gegeben oder Rauchgasvergiftung oder ähnliche Dinge. Ich kann nicht einen Mitarbeiter mit Videokamera in die Menge stellen und filmen lassen. Der kommt mir aus der Menge nie wieder raus. Erste Feststellung, die ich mache, es ist uns leider nicht möglich gewesen, die Drahtzieher und diejenigen Leute zu finden, die die Molotow-Cocktails in die Häuser geworfen haben, in denen sich die Vietnamesen befanden. Es gibt keine Videobilder, die beweiskräftig genug sind, um diese Täter zu überführen. Das ist das ganz große Manko dieser gesamten Ermittlungen gewesen. Die Polizei ist überfordert gewesen, jetzt auch noch in diesen Fällen Beweise zu sichern. Wir haben sie nicht. Ohne Luft, ohne Sonne, ohne nichts. Ganz hart nur zusammenkauern da in der Sporthalle in Dunkelheit und nichts machen, was wir unternehmen können. Das war furchtbar. Wir haben uns bemüht, die entsprechende Versorgung in dieses Objekt sicherzustellen. Dann kam Herr Zellig, der Bürgermeister von Rostock. Dann bekam sie die Antwort von ihm, wieso Versorgung? Versorgung, wie wir das Geld hernehmen. Wir halten euch die Türen und Toren offen, ihr könnt es sofort zurückziehen in diesem Haus, in diesem Zustand. Und an Versorgung hat die Stadt kein Geld. Wir wissen, dass es sehr schwer ist für viele von Ihnen. Aber ich muss auch ganz deutlich sagen, dass wir im Moment keine andere Möglichkeit haben, dass wir Sie bitten, weiter so beschlossen zusammenzuhalten. Denn das ist die einzige Möglichkeit, Sie wirklich alle auch wirksam zu schützen. Da war mir ganz klar, dass wir jetzt auf uns alleingestellt sind. Ich denke nur erstmal, wir müssen einen sicheren Ort finden. Wir müssen ja alles abwarten, was von der staatlichen Seite passiert. Denn wenn wir jetzt aufs eigene Fuß irgendwas unternehmen und das läuft schief, dann sind das ja wieder unsere Schuld und nicht von der Stadt. Ich wollte Ihnen nur sagen, wir stehen zu Ihnen, der Senat und viele, viele Bürger in Rostock. Wir alle hoffen, dass die Zustände, die wir jetzt haben, bald vorbei sind. Und ich bitte Sie noch einmal, die Dinge, die hier doch eine gewisse Einschränkung bedeuten, im Interesse der Sicherheit in Rostock zu nehmen. Ich darf mich dann verabschieden. Ich hoffe, wir bleiben hier und es ist bald vorbei. Die deutschen Nachbarn der Vietnamesen durften als Kompensation für die Randale einen Monat mietfrei wohnen. Die Vietnamesen dagegen erhielten keinen Mieterlass und auch keinen anderen finanziellen Ausgleich. Dafür erwartet sie Abschiebung. Ja, ich glaube, diese größte Entschädigung, was sein kann, ist ja erstmal ein Abschiebestopp und die Gewährleistung für eine verfestigte Aufenthaltsgenebigung. Die Vietnamesen Die Vietnamesen